ja hallo und herzlich willkommen schön dass du wieder mit dabei bist hier in der büroküche und heute machen wir geflügel ragout von der keule mit spätzle das ist wieder so ein rezept ja da fehlt zum einen für das one pot rezept im original die zutat deswegen plus spätzle die machen wir nebenbei mit und damit das alles gut funktioniert und auch weil ich doch einiges an optimierungspotenzial in diesem rezept sehe würde ich sagen das machen wir mal ziemlich anders als es im original gedacht ist ja und wenn du das auch so mitmachen möchtest den vollgemeinen schritten ansonsten kannst du natürlich wenn du den thermomix hast den schritten auf dem thermomix folgen und kommst zum hervorragenden ergebnis ohne frage für mich ist ja immer spannender das ganze zu versuchen zu optimieren und das mache ich live vor der kamera du siehst also ob es funktioniert oder nicht und wenn es nicht funktioniert ja hast ja immer noch die rückfallmöglichkeit über das original rezept ja deswegen also ich habe jetzt schon mal vorbereitet mein hühnerfleisch original sind gefordert ein paar hühner keulen und die solche irgendwie dämpfen ja mittlerweile gibt es diese hühner keulen auch bereits ohne knochen zumindest dort wo ich einkaufe solltest du sie nicht erhalten dann könntest du also entweder dem original rezept folgen oder die knochen bereits auslösen sollte bei hühner keulen nicht zu schwer sehen und dann habe ich hier euch ja würfel geschnitten und da habe ich sozusagen schon mein ja mein gulasch mein ragout je nachdem wie es bezeichnen möchte und dann habe ich hier bereit gelegt 100 gramm zwiebeln halbiert hier sind meine spätzle ein kilogramm spätzle im warum er bereits verteilt und ja dann war freigestellt einem schwarzwurzeln oder kohlrabi kohlrabi habe ich frisch bekommen ist auch wesentlich preiswerter als schwarzwurzeln und da habe ich ja so ja ich glaube so 800 gramm kohlrabi werden es im endeffekt sein und ja ansonsten ein paar gewürze und dann lass uns einfach loslegen bei mir beginnt das kochen ja immer mit dem klick auf dem grünen button und im regelfall folgen folge ich den schritten aber heute fast gar nicht hier geht es zur kochschule keine ahnung was das hier soll aber wir gehen mal weiter so jetzt ist die original idee im rezept ich packe jetzt hier 1000 gramm wasser hinein machen ein bisschen gewürze hinein und lege oben in dem aroma hinein meine hühner beine ja das würde ich auf alle fälle schon mal überspringen diesen punkt also komplett wir merken uns mal noch zwei gehäufte teelöffel gewürzpaste für hühner brühe ein teelöffel salz einfach nur merken so warum aber hätte aufsetzen 350 bis 450 gramm hähnchenschenkel mit haut hinein warum verschließen alles gut wir gehen weiter und für 35 minuten kochen im hinterkopf behalten weil wir kommen nachher darauf zum teil wieder zurück so warum wir absetzen auf einen teller stellen und die hühnerfüße sozusagen abkühlen lassen jetzt mixtopf leeren dabei die garflüssigkeit auffangen wir erinnern uns ein liter garflüssigkeit und jetzt würde ich im prinzip ins rezept einsteigen weil jetzt werden 100 gramm zwiebeln halbiert in den mixtopf gegeben messbecher in die mixtopf decke einsetzen und für fünf sekunden auf stufe 5 zerkleinern mit dem spate nach unten schieben weil die wollen wir jetzt gleich ein bisschen dünsten und zwar in 40 gramm mutter so anstelle des messbechers den gareinsatz verwenden und wir sehen uns noch drei minuten wieder und in dieser zeit der erhitzen war unsere zwiebel butter gemisch auf 100 grad und lassen das ein bisschen dünsten ja und an dieser stelle haben wir schon mal unsere zwiebeln ein bisschen angedünstet in butter das ist sicherlich gut für den geschmack und jetzt wird es allerdings ein bisschen komplizierter weil jetzt müssen wir ein bisschen hin und her springen so eine schale von einer zitrone unbehandelt fein können wir schon mal ein bisschen reinpacken ich nehme aus faulheitsgründen hauptsächlich immer meine schöne getrocknete biozibron schale hier und streue davon ein bisschen hinein das sind ja auch erst mal nur die vorbereitung hier das heißt das hätte das noch gar nicht rein gemusst genau aber es kommt jetzt gleich und zwar kommen in den mixtopf hinein jetzt 500 gramm von unserer garflüssigkeit das heißt also das erste mal hätte ich die hälfte schon mal weggeschüttet und da waren ja auch schon gewürzpaste und so drin macht also auch von so her nicht viel sinn aber ich gehe es jetzt mal 500 gramm auf so 40 gramm mehl die würde ich erst zum schluss hinzugeben weil jetzt muss man natürlich erst mal unsere ganzen zutaten garen so 30 gramm zitronensaft ich nehme jetzt einfach mal die halten der saft einheit zitrone sind also 20 gramm so ein teelöffel geriebene zitronenscharte das habe ich ja bereits schon hinzugegeben zwei stänge estragon ja man muss ich eben entscheiden sicherlich ist das schön wenn man immer wo geht es auf da geht es auf wenn man immer diese frischen kräuter holt ausgeht natürlich auch ins geld und ja ist die frage bringt das wirklich den gewinn ich denke mal in den meisten fällen können wir auch getrocknete kräuter verwenden und ich mache hier nach gefühl ein bisschen estragon hinzu wo ich denke das könnten jetzt so zwei stänge sein eine prise zucker zwei prisen pfeffer zwei prisen muskat und jetzt anstelle des messbrechers den gareinsatz als spritschutz verwenden auf die mixtopf decke stellen und wir gucken mal wie es weitergeht und jetzt wurde hierfür ja irgendwo bei 100 grad eingedickt werden ja das brauchen wir an der stelle nicht denn wir müssen uns jetzt darum kümmern dass a natürlich unsere hühnchen gegart werden unsere gemüse weich wird und natürlich auch unsere spätzle hier heiß werden und deswegen gehen wir an der stelle jetzt noch mal zurück und guck mal was im ersten schritt alles noch nicht getan haben so und zwar kommt das jetzt hier zwei gehäufte teelöffel gewürzpaste für hühnerbrühe ich würde jetzt mal einen gehäuften teelöffel gewürzpaste für in meinem fall gemüsebrühe hinzugeben das gibt auf alle fälle auch geschmack den hühner geschmack sollte an sich hier genug dabei sein durch unser fleisch so ein teelöffel seins näher da würde ich jetzt auch bloß noch ein halb nehmen weil wir auch nur die hälfte menge an flüssigkeit verwenden und dafür auch nichts weg schütten so und jetzt kommen die zutaten hinzu die bis jetzt gefehlt haben das sind also in meinem fall 500 gramm hühnerfleisch von der oberkäule schon mal vom klochen gelöst und ja in stücken geschnitten und dann auf alle fälle auch schon mal unsere gemüse und hier muss ich jetzt ganz einfach mal schauen wie viel hinzu passt so dass der topf schön gefüllt ist irgendwie mal so haut das hin das ganze wird jetzt mal ordentlich durchgerührt aufpassen dass nicht allzu viel daneben fällt und dann sieht das eigentlich ganz gut aus ich zeig dir mal das ergebnis der topf ist aus meiner sicht optimal gefüllt genau man sieht es schön in der kamera und so können wir das jetzt für die original 35 minuten ich hebe mal kurz meine kohlradius auf und jetzt gehe ich auf den schritt über mit den 35 minuten das erscheint mir realistisch ist vielleicht ein bisschen lang aber wir werden mal sehen ich denke mal 35 minuten ist noch okay so jetzt den deckel aufsetzen meine spätzle also ich habe hier unten die spätzle die erste hälfte verteilt im varoma behälter lasse in der mitte ein paar dampf schnitze frei und setzte einfach den die zweite hälfte der spätzle mit dem oder mit dem einlegeboden hier oben ein stelle das ganze jetzt oben auf so und jetzt starten wir einfach den varomiervorgang und zwar für 35 minuten und rühren hier unten ein bisschen auf stufe 1 so ich habe das jetzt mal nach circa 28 minuten gestoppt weil das sieht eigentlich alles schon gut aus und ich denke mal selbst die kohlrabis sind jetzt schon gar und deswegen lasst uns einfach weitermachen und zwar im nächsten schritt benötige ich warum absetzen und auf einen teller stellen ja logischerweise sonst komme ich nicht weiter so ja gut das kann man jetzt im prinzip alles großflächig wie mal wieder überspringen ich gehe mal rüber bis zu dem punkt wo wir waren als wir zurückgegangen sind auf den anfang ich tippe wir müssen auf alle fälle jetzt noch merken die 40 gramm mehl die habe ich schon mal damit ich es nicht vergesse mir mit ein bisschen wasser hier eingerührt und stelle das auch hier hin die kommen auf alle fälle hinzu so das hatten wir alles schon zwei strengen estragon so und hier bei dem punkt ein dicken bin ich sozusagen zurück gesprungen und wir machen jetzt einfach weiter so die schwarzwurzeln sind natürlich auch schon in form von der alternative sprich den kohlrabi enthalten und jetzt benötige ich 100 gramm sahne so anstelle das ja das muss man jetzt nicht machen genau hähnchen vom knochen lösen brauchen wir auch nicht machen so jetzt zwei eingelb und 50 gramm sahne in einer schale mischen das würde ich zusammen mit ja meinen mit meinem mehl sozusagen was schon eingeweicht habe mischen und ja ich schlage jetzt mal die zwei eier rein trenne das eingelb und dann sehen wir uns wieder und hier habe ich jetzt bereits meine eimehl sahne mischung sozusagen eimehl sahne wasser mischung weiß genau sehe und diese gebe ich jetzt hier mit hinzu auskratzen und dann hier mal ordentlich durchführen ja mixtopf hinein geben die eimischung und jetzt messbecher in den mixtopf stecken setzen da muss man gucken was jetzt kommt ich habe doch gar nicht geschaut für zwei minuten auf 90 grad im rührlauf ja das können wir machen geflügel ragout abschmecken und zum beispiel zu den kartoffeln servieren und wir machen das natürlich hier zu unseren wunderschönen bereits ja heiß gemachten schwätzle ja ragout probieren jetzt bin ich gespannt war ja doch ein bisschen anders als gedacht ja das schmeckt ich werde noch ein bisschen salz mit hinzutun da ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen wenig dran gekommen aber ansonsten haben wir hier wieder ein schönes essen und ja ich werde das ganze jetzt noch mal anrichten noch mal ein foto machen hinten ans video anhängen und ja dann wünsche ich dir auf alle viel spaß beim nachkochen ich wünsche dir guten appetit und genau hoffe doch wir sehen uns in dem nächsten kochen hier in der büroküche wieder ich freue mich zumindest auf dich macht ja einen schönen tag bis dahin macht's gut ciao